Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber, Chris The Rock, dem stärksten Bio-Alwas-Lieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Eine neue Folge vom ROCKCAST, Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität, ROCK Kitchen, die feinsten Gewürze in Bio-Qualität und DONROCK, der feinste Kaffee in Bio-Qualität, handgeröstet aus Österreich. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, das neue Jahr hat schon richtig ins Laufen begonnen und pünktlich zum neuen Jahr habe ich heute ein paar Punkte vorbereitet, die hoffentlich genauso weiterhelfen, wie sie es mir getan haben. Genau dafür ist der ROCKCAST da. Ich teile Dinge mit dir, die mir persönlich weitergeholfen haben, in der Hoffnung, dass das Ganze auch für dich einen entsprechenden Mehrwert hat. Sollte das der Fall sein, dann freue ich mich über coole Bewertungen auf Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterleitest an Menschen, wo du sagst, denen könnte das auch gefallen. Denn nur dadurch können wir das Ganze weiter verbreiten und dementsprechend mehr Mehrwert schaffen. Ja, das, was ich heute mitgebracht habe, sind drei Buchtipps, die besonders gut für einen Jahresstart sind. In der Psychologie hat man den sogenannten Fresh Start Effekt schon ganz gut untersucht, der besagt, dass gewisse zeitliche Meilensteine, wie es zum Beispiel ein neues Jahr ist, ein altes Jahr wird abgeschlossen, ein neues Start Effekt beginnt, dass solche Meilensteine für uns Menschen quasi ein sauberer Start oder wie der Effekt heißt, der Fresh Start Effekt, der Fresh Start, dass der Neustart für uns mental es ermöglicht, leicht in neue Muster einzutreten. Viele versuchen das von uns mit den Neujahrsvorsätzen. Wir nehmen uns viele Dinge vor. Oftmals scheitern wir dann eben an unseren Routinen, die etabliert sind, dass sich das Ganze tatsächlich dann in die Realität umsetzt. Aber nichtsdestotrotz, das kann man nicht verneinen, das neue Jahr ist einfach etwas, was bei uns im Mindset einiges bewegt und uns dazu motiviert, neue Dinge zu probieren. Und die drei Bücher, die ich heute mitgebracht habe, die sollen dir noch weiter dabei helfen. Denn wenn Neujahrsvorsätze nichts werden, dann ist das so gut wie immer ein Mindset-Problem. Das ist immer ein Mindset-Thema. Natürlich kann man Verantwortlichkeiten im Außen suchen, aber in 99,9% der Fälle hat das was mit Mindset zu tun. Dementsprechend die drei Bücher, die ich heute mitgebracht habe, sind von Mindset-Legenden, sage ich jetzt einmal. Ich habe durchgeschaut, der jüngste von denen ist weit über 60 und der älteste knapp 90. Das heißt, das sind drei Herren, die sehr, sehr viel Lebenserfahrung mitbringen. Und diese Bücher, die gibt es in ihrer Grundform schon relativ lange, aber die Versionen, die ich hier habe, sind, ich glaube, sogar die letzten Ausgaben, die es davon gibt. Und dementsprechend ist das einfach ein, so wie ich es empfinde, stark destilliertes Wissen. Das heißt, da ist wirklich die Essenz drinnen. Das bringt mich auch dazu, warum ich so ein großer Fan von Büchern bin, warum ich so viel lese. Für mich sind Bücher einfach hochkomprimiertes Wissen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber wenn man sich jetzt an die klassischen, richtig guten Autoren hält, Bücher sind einfach hochkomprimiertes Wissen. Bücher sind in Wahrheit hochkomprimierte Lebenserfahrung. Das heißt, Lebenserfahrung kann ich ja selbst nur dann machen, wenn ich das Leben lebe und die Erfahrung sammle. Wenn ich aber von anderen lerne und wenn ich mir die Erfahrung von anderen ansehe, naja, dann kann ich von derer Lebenserfahrung profitieren und vielleicht schauen, dass der eine oder andere Ansatz bei mir in meinem Leben auch reinpasst. Das heißt, komprimiertes Wissen, komprimierte Lebenserfahrung, das heißt, lesen, 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 lesen. Es gibt einen schönen Spruch, der sagt, der Verstand, unser Verstand, der braucht Bücher, genauso wie das Schwert den Schleifstein braucht. Die Bücher sind in der Lage, dass sie einfach unseren Verstand schärfen, dass sie unser Bild auf gewisse Dinge schärfen, dass sie unser Mindset erweitern, dass sie uns einen Spiegel vorhalten und das in Wahrheit zu Preis-Leistung. Was kostet so ein Büchlein? Soll es 20 Euro kosten, aber das kann unser Leben verändern. Dementsprechend Preis-Leistung die kostengünstigste Form, sein Leben zu verändern und man sagt auch immer, mit einem guten Buch gibt es kein schlechtes Wetter. Dementsprechend möchte ich da heute diese drei feinen Bücher vorstellen und ich starte mit der Nummer 1. Ich habe die jetzt hier in Englisch. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon, wobei ich bin bei den englischen Büchern immer Fan davon, von der Originalfassung, weil oftmals mit der Übersetzung ins Deutsche der Sinn von diversen Inhalten ein bisschen verwässert wird. Dementsprechend, wenn du gerne Englisch liest, dann empfehle ich dir immer, die englische Urversion sozusagen eines Buches zu verwenden und nicht die Übersetzung. Buch Nummer 1 von Bob Proctor. Das heißt, Change your paradigm, change your life. Der Bob Proctor sagt paradigm zu im Grunde wie einem Mindset-Zustand. Das heißt, mein Paradigm aktuell ist dieses. Das sind im Grunde die Summe aller Glaubenssätze, die ich habe, die ich über mein Leben hinweg gesammelt und aufgebaut habe. Glaubenssätze betreffend Unternehmertum, Glaubenssätze betreffend Geld, betreffend Liebe, betreffend Beziehung, betreffend Wirtschaft und so weiter. Die Summe all dieser Punkte ist sozusagen mein Paradigm. Und dieses Paradigm, wenn ich das verändere, dann kann ich auch mein Leben verändern. Denn in Wahrheit ist, wenn ich jetzt beim Unternehmertum bleibe, das was ich bisher erreicht habe, ist im Grunde das Ergebnis meiner Einstellungen, meines Mindsets, meines Paradigms. Das Ergebnis daraus ist sozusagen der aktuelle Stand des Unternehmens. Wenn ich das jetzt vergrößern möchte, das Unternehmen, dann brauche ich neue Ansätze, dann brauche ich auch neue Denkmuster. Und somit muss ich auch mein Paradigm, um jetzt im Jargon von Bob Proctor zu bleiben, ändern. Und dieses Buch ist, ich schaue kurz einmal, ich habe es da vor mir liegen, das Ding hat nicht einmal 150 Seiten, hat einen ewig großen geschriebenen Text drinnen. Aber es ist einfach so lockerlässig geschrieben, ist perfekt für einen Abend kurz vorm Schlafengehen, sich da 10, 20 Seiten kurz reinpfeifen. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Richtig, richtig cool, der Bob Proctor. Der Typ ist bald 90, hat weiß ich nicht wie viele Bücher geschrieben, ist mit knapp 90 regelmäßig live auf YouTube, regelmäßig live auf Facebook. Das heißt, der Typ, obwohl er 90 oder knapp 90 ist, verschließt sich nicht den neuen Technologien. Er will ewig lang Mehrwert schaffen. Also begeistert mich extrem, dieser Typ. Das Coole ist, der hat für seinen 100. Geburtstag bereits eine Event-Location gebucht, denn da zu dem 100. Geburtstag möchte er gerne einen Vortrag halten. Und jetzt ist er noch nicht einmal 90, das heißt, der arbeitet selbst einfach viel mit dem Thema Mindset, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Und das Coole ist, dieses Wissen kann man für ein paar Euro erschließen. Und das ist das, was mich einfach so flasht bei den Büchern. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht verstehe, warum nicht jede Person 100.000 Bücher zu Hause hat. Denn das ist in Wahrheit Preis-Leistung unglaublich und fasziniert mich einfach. Und der stellt einfach ein paar Schritte zur Verfügung, wie man es schafft, sein Paradigm zu ändern. Und das ist relativ easy. Zumindest in der Theorie ist es natürlich immer einfach. Aber er zeigt genau mit dem Finger darauf, wo es wehtut, beziehungsweise wo wir, wenn wir was ändern wollen, angreifen müssen. Das heißt, Buch Nummer 1, Change Your Paradigm, Change Your Life. Das Coole ist, direkt auf dem Einband ist ein großer Lichtschalter, der auf Off steht. Und im Grunde brauche ich den nur auf On schalten. Ich brauche nur mein Paradigm ändern. Und dann ändert sich plötzlich das Leben. Empfehlung Nummer 1. Empfehlung Nummer 2 ist auch ein Herr, der, ich glaube schon über 90 mittlerweile ist. Ist im Esoterik-Bereich sehr, sehr stark. Ich kann mich noch erinnern, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist richtig harte Esoterik-Kost. Habe jetzt da schon mehrere Male reingelesen. Und auch, wenn man in gewissen Bereichen das natürlich noch immer so sehen kann, die Grundessenz der Aussagen, die ist so tief. Und zwar geht es um das Buch von Kurt Tepperwein, die geistigen Gesetze. Da geht es um so Dinge wie die klassischen, das Gesetz der Anziehung. Es geht um das Gesetz der Resonanz, Polarität und so weiter. Das heißt, so grundlegende Zusammenhänge. Und dieses Buch hat für mich einfach, wie soll ich sagen, es vereinfacht die Dinge, die sich im Leben tun, so stark, dass man, es ist wie eine Bedingungsanleitung für die täglichen Herausforderungen. Und wenn man dieses Buch, diese Gesetze da drinnen ein bisschen beherzigt, kann man sich das Leben so viel einfacher machen und man merkt eigentlich, auf welche Grundessenz das Ganze wirklich hinausläuft. Ja, es steht vorne drauf, sehe ich gerade, erkennen, verstehen, integrieren. Ja, das Büchlein gibt es, glaube ich, mittlerweile, wo ich letztens schmunzeln müssen, ich schaue kurz gerade rein, in der 26. Auflage. Das heißt, das Büchlein gibt es in der 26. Auflage und ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, ob meines die letzte Auflage ist oder ob es da mittlerweile schon wieder was Neues gibt. Das heißt, das Büchlein, ich habe die Ausgabe von 2002, das heißt, ich gehe davon aus, das ist schon 20 Jahre alt, dass da schon die eine oder andere neue Auflage wieder gibt. Das heißt, das Büchlein ist schon das eine oder andere Mal gelesen worden. Ja, und das kann ich nur empfehlen. Und es gibt dann abschließend noch eine Empfehlung nach der dritten Buchempfehlung, wie man mit diesen Büchern umgehen sollte. Auch da habe ich mich weiterentwickeln dürfen. Auf alle Fälle mal, das war die zweite Empfehlung von Kurt Tepperwein, die geistigen Gesetze. Ist auch ein Hardcore-Mindset-Thema. Aber wie wir alle wissen, am Ende des Tages, egal ob ich jetzt über Sport spreche oder ob ich über das Thema Ernährung spreche oder sonstige Dinge, die Basis von all dem Ganzen, wenn ich es zum Beispiel nicht schaffe, mich an ein Ernährungskonzept zu halten, wenn ich Det halten möchte, aber ich schaffe es nicht oder wenn ich es nicht schaffe, dass ich regelmäßig Sport betreibe und so weiter, dann ist es am Ende des Tages nicht die Schuld von jemandem im Außen, sondern in unserem Köpfchen ist irgendwas nicht so programmiert, wie wir es gerne hätten. Stichwort Mindset. Und genau diese Bücher drücken genau auf diesen Punkt ab. So, jetzt starten wir zum dritten und letzten Buch, das ich empfehle. Ich hätte dann auch viele weitere liegen, aber dann explodiert der Podcast, die Podcastlänge dieser Folge. Dementsprechend habe ich mich jetzt einmal auf die drei beschränkt, die ich auch kürzlich wieder in der Hand hatte. Ich bin selbst auch gerade dabei, ein feines Buch zu schreiben. Ziel ist es, im Herbst diesen Jahres das Ganze vorzustellen. Und da habe ich das eine oder andere Buch oder hat mir das eine oder andere Buch an Motivation gebracht für bestimmte Inhalte. Und ja, dementsprechend habe ich die regelmäßig in der Hand. Dritte Empfehlung ist auch ein Typ, der ist zwar keine 90 Jahre alt, aber auch ein Typ, den in Wahrheit im deutschsprachigen Bereich wahrscheinlich jeder, der sich schon einmal mit dem Thema Mindset beschäftigt hat, kennt. Und zwar geht es um den Herrn Bodo Schäfer. Und sein Büchlein heißt Die Gesetze der Gewinner. Und auch das, werfen wir gleich einen Blick rein, gibt es mittlerweile, ui, sogar in der 27. Auflage aus dem Jahr 2020. 27 Auflagen, das heißt, es ist sogar noch mehr als der Kurt Tepperweiner, was ich zumindest jetzt vor Ort sehe, hat. Ja, und er formuliert in Summe 30 Gesetze. Und auch das wieder so fein, das kann der Bodo Schäfer aus meiner Sicht extrem gut, die Dinge einfach über sehr jahrelange Erfahrung in so eine gute, einfache Schreibweise runterdestillieren, dass so viel Inhalt in so wenig Text steht. Weil ich sage immer so, lange Texte kann jeder schreiben, aber das Ganze auf eine Essenz runterbringen und das auch noch leicht verständlich und leicht verdaulich für unser Hirn zu schreiben, das ist nicht einfach. Und das kann der Typ einfach. Und da merkt man, das ist nicht das erste Buch, das er schreibt. Dementsprechend kann ich euch dieses auch empfehlen. Das ist meine dritte Empfehlung. Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Ich kenne jetzt, ich glaube, ich habe zwei Auflagen. Die Veränderungen sind, glaube ich, minimal, wenn ich mich richtig ändere. Ich würde mir einfach immer die letzte Auflage nehmen, die Originalauflage und ja, dann bist du auf alle Fälle mal gut aufgestellt. So, das waren jetzt im Grunde mal diese drei Empfehlungen und jetzt möchte ich dir noch eine persönliche Empfehlung mitgeben, nicht für ein Buch, sondern wie man mit den Büchern umgehen sollte. Das hört sich jetzt blöd an und ich habe es früher auch nicht geglaubt. Ich kann mich erinnern an zwei, drei Gespräche, welche besonders jetzt weiß, das ist jetzt nicht wichtig. Aber die Person hat zu mir gesagt, ah ja, das Buch, das habe ich auch, das habe ich schon mittlerweile fünfmal gelesen. Und dann habe ich gedacht, warum bitte liest du ein Buch fünfmal? Lies einmal, dann weißt du, was drinnen steht und dann funktioniert das. Ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach nicht verstanden. Aber ein Buch musst du immer mehrmals lesen, sofern es gut ist. Aber die drei Bücher, die ich dir empfehlen habe, die empfohlen habe, die sind gut. Warum muss man ein Buch mehrmals lesen? Das ist ganz einfach. Unsere Wahrnehmung ändert sich tagtäglich. Man kann auch sagen, unser Mindset ändert sich tagtäglich, unsere geistige Brille ändert sich tagtäglich. Wir lernen immer was dazu, hoffentlich. Sprich, wenn man gewillt ist, sich weiterzuentwickeln, dann ist das der Fall, egal in welchem Aspekt. Und wenn du dich jetzt ein halbes Jahr lang weiterentwickelt hast, dann bist du einfach nicht mehr die Person, die du vor einem halben Jahr warst. Dementsprechend siehst du viele Dinge anders. Dementsprechend wirst du, wenn du das gleiche Buch liest, was anderes wahrnehmen. Hört sich blöd an, habe ich aber mittlerweile schon, und es hat damals den Klickmoment gegeben, selbst bemerkt. Und zwar bin ich jemand, der viel in seinen Büchern herumkritzelt und schmiert und ja, beim ersten Mal lesen, ich habe da jetzt gerade das Buch von Kurt Tepperwein in der Hand, ist relativ viel angeschmiert, die wichtigen Stellen. Ja, und als ich das dann zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, es gibt zwar viele Markierungen, die ich beim zweiten, dritten, vierten Mal lesen auch so setzen würde, sprich Textmarkierungen, aber es sind auch viele neue Textmarkierungen dazugekommen, sprich, ich habe plötzlich meinen Fokus ein bisschen woanders drauf gesetzt. Dementsprechend habe ich bei jedem Mal lesen dieses Büchleins, natürlich, wenn ich es jeden Tag lese, immer wieder ganz durch, dann wird sich nicht viel verändern, aber wenn ich das in einem Abstand von zwei, drei Monaten lese, dann wird man schon einen Unterschied feststellen. Und da habe ich einfach, wie gesagt, gemerkt, ein Buch muss man mehrfach lesen, denn ich war auch, das ist eine zweite Erkenntnis, die ich mir teilen möchte, die letzten Jahre, habe immer wieder neue Bücher gekauft, in der Hoffnung, dass vielleicht in diesem Buch wieder eine neue Erkenntnis drinnen steht, hier oder da. Am Ende des Tages, wenn man sich an die an die richtigen Bestseller, an die richtig guten Autoren hält, dann findet man in Wahrheit nicht viele Bücher, wo mehr im Detail drinnen steht. Das heißt, da hat man in Wahrheit die wichtigsten Informationen. Und wenn man diese Bücher verinnerlicht, wenn man diese Bücher tatsächlich durcharbeitet, nicht nur liest, sondern durcharbeitet, dann hat man in Wahrheit genau diese Informationen, die man braucht. Das heißt, meine Empfehlung Nummer eins, bitte Bücher mehrfach lesen. Unsere Wahrnehmung verändert sich, dementsprechend werden wir da auch immer neue Inhalte rausnehmen. Und da möchte ich dir auch noch eine kleine Geschichte von Bob Proctor erzählen. Wenn du von Bob Proctor mal auf seinem YouTube-Kanal schaust, dann wirst du auf seinem Schreibtisch einen Buchhalter finden. Das ist im Grunde nichts anderes, so ein kleines Holzgestell, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt. Und das beschreibt er auch in seinen Büchern ab und zu, beziehungsweise in den Videos sagt er das, dass er das auch von seinem Mentor hat. Und es kann sein, dass er ein einziges Kapitel oder eine einzige Seite von einem Buch vier Tage offen geschlagen hat. Warum? Weil er das so oft durchliest, bis er es wirklich versteht und das Ganze dann auch wirklich umsetzt. Und ich kann mich erinnern, als ich vor fünf, sechs, sieben Jahren Bücher gelesen habe, bin ich relativ schnell drüber geflogen, habe das relativ schnell gelesen, Buch war fertig, fertig ausgelesen, nächstes Buch. Das hat auch was gebracht, aber ich war dann nicht in der Lage, alle Details dieses Buchs wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und wenn man das schafft, diese Bücher wirklich von Grund auf durchzuarbeiten, umzusetzen, dann braucht man in Wahrheit nicht 100 Bücher, sondern dann reichen wahrscheinlich fünf oder zehn der Top-Bücher. Du hast in Wahrheit alles, was du brauchst. Und wenn du wahrscheinlich dann nur 50 Prozent von dem umsetzen würdest, würdest du all das erreichen, was du dir vornimmst. Völlig egal, ob das jetzt sporttechnisch ist, trainingstechnisch, finanziell oder was auch immer. Umsetzung ist King, das ist etwas, was ich auch immer sage. Die schönsten Ideen sind super toll und nett, aber leider nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt werden. Und genauso ist es auch bei den Büchern. Auch das 27. Mindset-Buch wird dich nicht zu einer Date bringen, wird dich nicht zu einem erfolgreichen Unternehmer oder Angestellten oder was auch immer machen. Es wird dich nicht zu einem besseren Beziehungspartner machen. Das wird es erst dann tun, wenn du diese Erkenntnisse aus dem Buch nimmst und in die Umsetzung bringst, etwas umsetzt. Nur dann wird tatsächlich ein Mehrwert rausfinden. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, meine persönliche Empfehlung, bitte Bücher mehrfach lesen, unbedingt, wenn es ein gutes Buch ist. Und Empfehlung Nummer zwei, ein Buch nicht nur lesen, sondern ein Buch durcharbeiten. Erinnere dich zurück an die Schulbücher, da gab es dann immer Aufgaben. Bodo Schäfer zum Beispiel macht das gerne, dass er am Ende seiner Kapitel auch Aufgaben hinsetzt, dass man wirklich in die Umsetzung kommt. Und wenn du das tust, wirst du merken, da tut sich extrem viel. Ja, das waren im Grunde meine drei Empfehlungen zu den Büchern und meine zwei Empfehlungen, wie man mit den Büchern umgeht. Und wenn du das in die Umsetzung bringst, wirst du merken, da verändert sich so viel. Bei mir hat es zumindest viel verändert. Und ich denke, dass es da dir sehr ähnlich gehen wird. Ja, das war es im Grunde von meiner Seite. Wie gesagt, alle Titel findest du in der Podcast-Beschreibung. Die haben wir dir da zusammengefasst. Und abschließend gibt es noch einen kleinen Hinweis. Am 15. Jänner, ich nehme das jetzt kurz, heute ist der 11. Jänner, ich nehme das kurz vom 15. Jänner auf, da startet meine Kickstart-Serie in der Rocksports-Facebook-Gruppe. Es ist eine geschlossene Gruppe. Ich habe da speziell etwas für Unternehmer, für Unternehmerinnen, für Führungskräfte und Selbstständige zusammengearbeitet. Da gibt es jeden Tag richtig feine Inputs. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen und Co. sehr erfolgreich im Unternehmen sind. Aber wenn es dann um das Thema Privatleben, wenn es um das Thema Gesundheit und Co. geht, da oftmals dann viel durcheinander gerät. Und ich habe ein paar methodische Ansätze entwickelt, wie man das zeiteffizient sehr, sehr easy integrieren kann. Und das teile ich da 15 Tage lang. Ja, ist wie gesagt sehr spezialisiert. Sehr, sehr cooler Inhalt, steckt sehr, sehr viel Input drinnen. Ja, und wenn du Lust hast, schick unsere Anfrage. Wir lassen dich dann in die Facebook-Gruppe rein und dann kannst du von dem ganzen Mehrwert entsprechend profitieren. Ja, und zum Abschluss natürlich, wenn du feinste Bio-Sportnahrung, feinste Bio-Gewürze oder feinst geröstesten Bio-Kaffee haben möchtest, dann schau vorbei bei uns im Rocksports-Onlineshop rock-sports.at, die feinste Sportnahrung. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, einen richtig feinen Tag und viel Spaß beim Lesen.